Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Ach so, wahrhaftig, der ist auferstanden. Halleluja. Das wollte ich hören. Der Herr ist auferstanden. Ja, es ist ein wunderbarer Tag. Wir denken jeden Sonntag daran, was der Herr für uns getan hat. Wir denken jeden Sonntag an die Wunder, die er tut. Aber heute ist wirklich nochmal ein besonderer Tag, wo man... Ja, ich habe kurz nachgerechnet. Es ist der 1987. Jahrestag der Auferstehung. Fast 2000 Jahre schon. Halleluja. Es ist so wunderbar, dieser Auferstehungssonntag, den wir feiern dürfen. Es ist so gewesen, wir haben es in den letzten Malen schon, wo wir uns getroffen haben, schon immer mal wieder gehört, dass wenn Gott etwas richtig Großes getan hat, dass er wirklich auch die Zeit umgestellt hat. Wir sehen, als das Passa eingeführt wurde, es war eigentlich, keine Ahnung, welcher Monat es war, aber Gott hat gesagt, ab heute ist es der erste Monat. Gott hat die Monate, hat einfach neu geordnet. Und das ganze Volk musste sich praktisch einen neuen Kalender kaufen. Als Jesus geboren wurde, man hat die Zeitrechnung, später natürlich, hat man bei Jesu Geburt angesetzt. Man hat gesagt, Jesus Christus hat die Welt so sehr verändert. Es hat eine neue Zeitrechnung begonnen, eine neue Ära. Jesus Christus ist gekommen, eine neue Zeit hat angefangen. Und wir sehen, dass der Sonntag selbst, ab diesem Zeitpunkt, wo Jesus auferstanden ist, es war der wichtigste Tag in der Woche auf einmal. Vorher war es der erste Tag in der Woche, man hat den Schabbat gefeiert. Aber seit dem Zeitpunkt, wo Jesus aufgestanden ist, die Jünger haben sich nicht mehr an einem Samstag getroffen, an einem Schabbat, sondern sie haben den Sonntag, den ersten Tag der Woche, zu ihrem Tag aus erkocht. Es war der Tag, an dem Jesus Christus das Leben bereitet hat. Halleluja! Und das Interessante ist, was hat Gott am ersten Tag der Woche gemacht? Was ist das Erste, das jemals am ersten Tag der Woche passiert ist? Gott hat das Licht geschaffen. Gott hat das Licht geschaffen. Und an diesem Tag, als Gott das Licht geschaffen hat, vorher gab es nur Finsternis. Vorher war nur Finsternis, da alles war dunkel. Und Gott hat das Licht geschaffen und die Finsternis musste weichen. Und genau das ist eigentlich am Auferstehungssonntag passiert. Es war Tod da. Kein Mensch, wie hat es gerade eben gesagt, jeder Mensch ist gestorben. Und jeder Mensch ist dazu, ja, er wird sterben. Es ist so sicher. Es steht geschrieben, ja, so sicher, wie es ist, dass der Mensch einmal lebt und einmal stirbt, so sicher ist das Gericht Gottes. Halleluja! So sicher ist es, dass der Mensch stirbt. Aber Jesus Christus hat an diesem Tag die Finsternis vertrieben. Sie musste weichen. Das Licht hat sich einen neuen Platz gesucht. Halleluja! Wow, ist so wunderbar. Ja, lasst uns Johannes 20 aufschlagen. Wir hatten den Auferstehungsbericht aus Matthäus gelesen. Wir wollen ihn noch mal aus Johannes lesen. Johannes 20 Auf Vers 1 Am ersten Tag der Woche Raba kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenden Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der entfolgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen, und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst im Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab, und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatten, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt Heiligen Geist. Halleluja. Erstmal bis hierhin. Ja, das Erste, was wir eigentlich lesen, abgesehen davon, dass es finster war und dass dann noch das, also das wirklich beginnt mit der Finsternis und dann erst lesen wir von der Auferstehung, wo das Licht gekommen ist. Wir hören von dem Stein. Er war vor dem Grab gewesen, aber er wurde hinweggenommen. Tatsächlich, das Wort, das Johannes verwendet an dieser Stelle bedeutet wirklich, der Stein wurde hochgehoben. Matthäus sagt, er wurde weggefälzt. Wir sehen, wie Gott mit diesem Stein umgegangen ist, wie er seine Macht demonstriert hat. Er hat ihn einfach weggegeben, er hat ihn hochgehoben und zur Seite gestellt. So war die Macht der Auferstehung. Selbst hier zeigt es sich, dieser Stein, er symbolisiert den Tod. Es symbolisiert eine geschlossene Tür. Jeder, der im Grab ist, der kommt nicht mehr heraus. Dafür stand der Stein. Tatsächlich hat man diesen Stein extra dahin gerollt, nicht damit niemand hineinkommt, ins Grab, sondern damit niemand herauskommt. Der Feind wollte sicher gehen. Er wollte wirklich auf Nummer sicher gehen. Es sollte ein Stein da sein. Es sollte eine geschlossene Tür sein. Halleluja. Selbst wenn jemand da, selbst wenn Jesus nicht tot gewesen wäre, er hätte nicht rauskommen können. Jesus war tot, aber der Stein konnte ihn nicht halten. Dieser Stein, er symbolisiert die Macht des Todes. Eine geschlossene Tür, aber Jesus hat diese Tür weit aufgemacht. Halleluja. Ja, wir sehen diese Kraft in der Auferstehung. Wir lesen von ihr auch in Epheser 1. Da ist davon die Rede, dass diese Macht der Auferstehung auch heute noch wirkt. Epheser 1, Vers 19 bis Vers 23. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seinen Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstenturm und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja. Schaut in Vers 19, was hier steht, die Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Drei Worte, die eigentlich schon dafür sprechen, dass Gott mächtig ist und dass diese Kraft wirksam ist. Drei Worte, um das noch wirklich zu betonen, wie mächtig ist es, wie groß diese Kraft ist, die hier am Wirken ist. Und er sagt, die wirkt jetzt in uns. Es heißt, Vers 19, was auch die überwältende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Diese Kraft wirkt an uns. Sie ist hier in unserer Mitte. Sie ist heute Morgen da. Halleluja. Und es ist dieselbe Kraft, sagt hier Paulus in Epheser. Aber wir sehen, wenn wir in Johannes 20 gehen, ja, Jesus ist auferstanden. Aber man hat es noch nicht gesehen. Diese Auferstehung hat bereits stattgefunden. Das Licht war bereits da. Das Leben war bereits greifbar. Es war bereits da. Man hat es schon annehmen können. Aber wir sehen, wie Maria Magdalena vor dem Grab steht und sie weint. Sie versteht es nicht. Die ganzen Jünger, sie haben es auch nicht verstanden. Petrus war beim Grab gewesen. Johannes war beim Grab. Sie haben nur geglaubt, dass Jesus nicht da ist. Aber sie haben es noch nicht verstanden. Sie kannten die Schrift noch nicht. Und Jesus sagt zu Maria Magdalena, warum weinst du? Wen suchst du denn? Jesus wusste, dass sie eine Person sucht. Sie hat nicht geweint, weil irgendwas geschehen ist, sondern sie wollte Jesus sehen. Aber sie dachte, er wäre tot. Und in Matthäus, da lesen wir davon, beziehungsweise wir lesen es in Lukas. In Lukas 24, da sind auch Leute auf der Suche nach Jesus. Und da sind dann die Engel und sie sprechen, ja, ihr sucht den Lebenden bei den Toten. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus ist auch verstanden, aber die Menschen sind noch auf der Suche. Maria Magdalena ist auf der Suche gewesen. Aber die Frage ist, wo suchen wir Jesus? Wo suchst du Jesus? Suchst du ihn bei den Toten oder bei den Lebenden? Was bedeutet das, Jesus bei den Toten zu suchen? Es bedeutet, dass ich ihn da suche, wo er wirklich nicht ist. Ich versuche ihn überall zu sehen. Ich versuche ihn in, ja, viele gehen zu weit und suchen ihn in der Natur, bei Steinen und so weiter, bei Sachen, die kein Leben geben können. Sie suchen Jesus bei den Toten. Sie suchen Jesus in der Philosophie. Sie suchen Jesus bei dem, was Eltern, Freunde oder wer auch immer ihn sagt. Sie suchen Jesus nicht bei den Lebenden, sondern bei den Toten. Aber wir wollen Jesus Christus nicht bei den Toten suchen. Er ist auch verstanden. Wir suchen ihn bei den Lebenden. Halleluja. Aber ich habe mir eine Frage gestellt in den letzten Tagen. Wir denken, viele sagen, okay, das Kreuz und sie machen hier einen Stopp. Aber das Kreuz ist nur wirksam, wenn Jesus auch aufersteht. Ja. Das Kreuz ist nur wirksam mit der Auferstehung. Aber warum ist Jesus, als er auferstanden ist, nicht direkt in den Himmel aufgefahren? Er hatte drei Jahre ja Zeit mit den Jüngern gehabt. Drei Jahre hat er schon mit ihnen, ja, war er unterwegs gewesen und hat sie belehrt. Wenn wir in Apostelgeschichte gehen, ganz am Anfang. Lukas hat ja das Lukas-Evangelium geschrieben und direkt im Anschluss die Apostelgeschichte. Und es heißt in Apostelgeschichte 1, ich lese die ersten drei Versen, den ersten Bericht habe ich, also Lukas, verfasst, Otheophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Das sind diese drei Jahre, in denen Jesus gewirkt hat mit den Jüngern. bis zu dem Tag, der er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehle gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Hier steht es, Jesus innerhalb dieser 40 Tage von seiner Auferstehung bis zu seiner Auffahrt in den Himmel, er hat mit ihnen über das Reich Gottes geredet. Aber was bedeutet das? Hat er nicht vorher auch drei Jahre lang über das Reich Gottes geredet? Er hat so viele Gleichnisse über das Reich Gottes erzählt. Warum nimmt Jesus hier sich nochmal 40 Tage Zeit? 40 Tage, warum? Hat er ihnen etwas erzählt, das er ihnen vorher nicht erzählt hat? Ich glaube, dass es so ist, Jesus hat vorher von dem Reich Gottes geredet und er hat viel in den Gleichnissen geredet und man konnte es nicht wirklich verstehen, weil es war für sie nicht greifbar. Sie waren alle noch im Fleisch gewesen, aber das Reich Gottes ist im Geist. Und als Jesus Christus auch verstanden ist, als dieses Reich Gottes tatsächlich Wirklichkeit geworden ist, als die Jünger, die auch die Bekehrung erleben durften, hat Jesus ihnen erzählen können von dieser Kraft, die dieses Reich Gottes hat, von der Vollmacht, die er ihnen geben wird. Und er hat gesagt, bleibt in Jerusalem. Wir sehen es in Abvers 4, als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die er, so sprach er, von mir vernommen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir sehen, Jesus hat diese Tage genutzt, um ihnen von dieser Kraft zu erzählen, von der Vollmacht, die sie als Jünger haben werden. Sie werden nicht wie vorher einfach nur Worte haben, sondern sie werden durch Zeichen und Wunder bestätigt werden. Jesus hat ihnen diese Vollmacht erklärt. Und dann ist mir die zweite Frage gekommen. Ja, Jesus hat sich dafür 40 Tage Zeit gelassen. Was? Und dann sagt er, wartet auf den Heiligen Geist. Und 10 Tage später, am Pfingstfest, 50 Tage nach der Auferstehung, dann erst ist der Heilige Geist gekommen. Warum 10 Tage warten? Gott hat gerade eben dafür gesorgt, dass die Menschen einen freien Zugang haben. Dass dein Weg zum Vaterhaus frei ist. Er ist offen. Jeder kann auf diesen Weg gehen. Jeder kann gerettet werden. Das Heil ist da für jeden Menschen, der glaubt. Warum wartet Gott nochmal 10 Tage? Warum? Warum sind die Jünger nicht direkt mit Heiligen Geist ausgestattet worden? Rausgegangen auf die Straße? Direkt Erweckung. Direkt 3000 Menschen kommt zum Glauben. Am nächsten Tag 5000. Warum wartet Gott 10 Tage? Halleluja. Warum hat Gott andere Zeiten wie wir? Wenn wir den Plan aufgestellt hätten, wenn wir das Programm nach der Auferstehung festgelegt hätten, wir wären direkt am ersten Tag auf die Straße gegangen. Wir hätten direkt mit der Auferstehung, der Stein rollt weg vom Kreuz, Jesus steht auf, kommt direkt zu seinen Jüngern, er redet ihn ganz kurz von der, er ließ ihn ganz kurz die Johannes 20 und 21 vor, gibt ihn den Heiligen Geist und die gehen sofort raus. Das wäre unser Plan gewesen. Das wäre unser Programm. Warum wartet Gott? Halleluja. Wir sehen, dass es auch eine Einheit darstellt. Die Jünger sind noch nicht rausgegangen auf die Straße. Das Erste, was wir erkennen müssen, ist, es ist nicht nur die Einheit zwischen Kreuz und Auferstehung, sondern es ist eine Einheit zwischen Kreuz, Auferstehung und Pfingst. Die Jünger sind erst dann rausgegangen und haben vom Evangelium erzählt, als sie Pfingsten erlebt haben. Viele leben heute nur mit dem Kreuz. Es sind viele Kirchen und so weiter. Wir sehen Jesus noch immer am Kreuz. Jesus ist gestorben, das war's. Wie hoffnungslos ist diese Botschaft. Aber viele gehen einen Schritt weiter und sie haben diese Einheit zwischen Kreuz und Auferstehung. Jesus ist gestorben und er ist aufgestanden, er lebt. Und weil er lebt, leben auch wir. Aber viele vergessen diese Kraft von Pfingsten. Sie leben ohne diese Vollmacht. Jesus ist extra auf der Erde geblieben. Wie sehen wir, diese Sehnsucht hatte nach dem Vaterhaus. Wir haben davon gehört, für ihn war die Gegenwart Gottes alles. Er konnte es nicht abwarten, beim Vater zu sein. Könnt ihr euch vorstellen, wie tief der Wunsch von Jesus war, endlich wieder im Himmel zu sein? Wie er sich darauf gefreut hat, wie groß seine Vorfreude war, wieder bei seinem Vater zu sein. Aber er ist hier geblieben. Das bedeutet, dass es wirklich wichtig gewesen war. Dass es eine Einheit darstellt und wir dürfen die nicht außer Acht lassen. Wir dürfen Pfingsten nicht vergessen, als Jesus gekommen ist, was war seine Predigt am Auferstehungssonntag? Worüber hat er geredet? Hat er davon geredet? Ja, ich bin gestorben, auferstanden, Halleluja, Jesus lebt und das war's? Nein, er hat weiter geredet, er hat gesagt, okay, jetzt geht es los. Wartet auf den Heiligen Geist. Ich werde euch den Beistand schicken. Ihr werdet Kraft empfangen. Jesus hat am Auferstehungssonntag über Pfingsten geredet. Halleluja. Weil er wusste, es war noch nicht vollbracht. Das Heil war vollbracht. Aber die Jünger waren noch nicht zugerüstet. Sie waren noch nicht bereit. Es hat noch was gefehlt. Diese Einheit, dieses komplette Ganze, es war noch nicht ganz. Halleluja. Wir sehen in Johannes 20, Jesus hat sie angehaucht und hat gesagt, empfangt Heiligen Geist. So wie als Gott den Menschen geschaffen hat, auch da hat er gehaucht. Dieser Atem des Lebens, er ist in den Menschen gekommen. Der Mensch hat diesen Geist von Gott empfangen. Als Adam und Eva gesündigt haben, ist dieser Geist gestorben. Der Mensch war geistig tot. Und hier, Jesus kommt und er bringt es wieder in Ordnung. Er haucht sie an, empfangt Heiligen Geist. So wie Gott bei der Schöpfung Adam diesen Geist gegeben hat. So hat Jesus hier den Jüngern, den Gläubigen den Geist gegeben. Der Heilige Geist war schon da am Auferstehungssonntag. Nicht erst am Pfingsten. Da war der Heilige Geist schon da. Aber es war noch nicht die Taufe im Heiligen Geist. Aber wir sehen, wie das nicht voneinander zu trennen ist. Am Auferstehungssonntag sagt Jesus, empfangt den Heiligen Geist. Am Pfingsten ist die Taufe im Heiligen Geist. Am Auferstehungssonntag haben wir das Leben. Und am Pfingsten haben wir die Kraft. Ein Leben ohne Kraft ist Schwachheit. Aber Gott wiegt nicht durch ein schwaches Leben. Gott will Leben und Kraft geben. Halleluja. Und wir sehen, wie groß diese Einheit ist und wie wichtig es ist, sie zu erkennen. Aber ich will auf die Frage zurückkommen. Warum noch mal zehn Tage warten? bis wir als 50 Tage nach der Auferstehung vergangen waren, genau da war das Pfingstfest. Und das Pfingstfest hat man nicht erst in diesem Jahr gefeiert. Es war nicht das erste Mal, dass man dieses Fest feiert. Wir denken oft, oh Pfingst, ja das war das erste Mal und so, wo Pfingsten gefeiert wurde. Wir denken, es wäre ein christlicher Feiertag von Anfang an gewesen. Nein, es war jüdisch. Es ist das Wochenfest gewesen. Gott hat explizit gewartet, dass der Heilige Geist ja an diesem Pfingstfest ausgegossen wird. Es sollte an diesem Tag sein. Nicht früher, nicht später. Warum? Kennt ihr das Pfingstfest? Kennt ihr die Bedeutung? Wisst ihr, was damals geschehen ist am Pfingsten? Ja, wir sehen das. Damals, es ist das erste Mal, als Israel aus der Güten ausgezogen ist. Bis Pfingsten, 50 Tage nach der Verstehung, war im dritten Monat nach dem jüdischen Kalender. Und wir wissen, was im dritten Monat passiert ist. Wir können es aufschlagen in 2. Mose 20. Wir sehen das Datum in 2. Mose 19. Da heißt es, im dritten Monat nach dem Auszug, da kamen sie an diesem Tag in die Wüste Sinai. Halleluja. Und in 2. Mose 19, 16. Und es geschah, als der dritte Tag kam, als es noch früh am Morgen war. Das ist genau diese Zeit vom Pfingsten. Und was passiert damals an diesem Tag? Wir sehen es in 2. Mose 20, Vers 18. Ich könnte jetzt viel reden. Vorher ist, ja, Gott hat es Gesetz gegeben an diesem Tag. Und dann in 2. Mose 20, Vers 18. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofferhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferner. Halleluja. Und es sprach zu Mose, redet du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Israel ist ausgezogen aus Ägypten. Es war der erste Monat gewesen, Gott hat diesen ersten Monat neu gesetzt. Das Passafest war gewesen. Es bedeutet den Auszug aus Ägypten. Es ist diese Befreiung aus der Welt, diese Befreiung aus der Hand des Feindes. Es ist die Errettung für Israel gewesen. Und dann laufen sie durch die Wüste. Sie laufen und laufen und laufen. Sie gehen durch das Meer hindurch. Sie erleben diese Taufe, von der wir lesen im Neuen Testament. Und dann kommen sie schließlich am Berg an. Was hat diese Bedeutung am Berg? Wir sehen, dass Gott zu ihm gesagt hat, im 2. Mose 19, was der ganze Sinn und Zweck davon ist. Gott sagt, Kapitel 19, Vers 4, Ihr habt gesehen, was ich an Ägypten getan habe und wie ich euch auf Adlersfügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Ihr habt gesehen, die Errettung, die ich für euch bereitet habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. An diesem Tag hat Gott diesen Bund geschlossen mit dem Volk. An diesem Tag hat er es anerkannt als sein Volk, als sein besonderes Eigentum. Er hat das Gesetz vorgelegt. Diesen Bund hat er an diesem Tag geschlossen. Der Bund wurde nicht geschlossen, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist, sondern erst musste das Gesetz da sein und das Volk hat dieses Gesetz akzeptiert und Gott hat diesen Bund geschlossen mit dem Volk. Und wenn wir uns diesen einen Vers, 2. Mose 20, Vers 18, näher anschauen, dann erkennen wir, wie wunderbar Gott wieder diese Zusammenhänge in der Bibel darstellt. Denn genau genommen steht hier eigentlich nicht Donner. Das kommt in der Übersetzung leider nicht ganz so gut raus. Eigentlich steht da, und das ganze Volk nahm die Stimmen und die Flammen wahr und den Schall der Schofferhörner und den rauchenden Berg. Das Erste ist, sie haben es wahrgenommen. Das Wort, das hier steht, man kann es eigentlich fast schon mit Seen übersetzen. Ein ganz großer Rabbiner zur Zeit von Jesus, der heißt Johannan, Ben-Sakai. Er war in der Schule von Gamaliel. Er war einer der gebildetesten Menschen damals gewesen. Er hatte eine große Schule gehabt. Und er hat gesagt, es war so gewesen, dass das Volk die Stimme Gottes tatsächlich gesehen hat. Sie haben es gesehen, was aus dem Mund Gottes herausgekommen ist. Und er sagt, es ist durchs ganze Volk gegangen. Es ist, als hätte Gott dieses Gesetz jedem einzelnen Menschen vorgelegt, jedem einzelnen Volk. Er hat gesagt, das ist mein Gebot. Willst du es halten? Ja, ich will es halten. Du gehörst zu meinem Bund. Du bist dabei. Er sagt, es war so deutlich für jeden einzelnen Volk, dass das Volk gesagt hat im Anschluss, es hat so arg gezittert. Sie haben es wahrgenommen, sie haben es gehört, sie haben es gesehen, was Gott sagt. Sie haben gezittert. Sie haben gesagt, wir können nicht mehr wegen dieser Kommunikation. Wir können es nicht aushalten. Es sind nicht einfach nur Worte gewesen. Wenn ich mit euch rede, es können harte Worte sein. Ihr werdet zittern, aber ihr werdet nicht sagen, ich kann es nicht aushalten. Ihr hört die Stimme. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr zuhört oder nicht, aber sie konnten es nicht mal aussuchen, ob sie zuhören oder nicht. Es war so präsent, was Gott damals zum Volk Israel geredet hat. Und es steht hier, sie haben mehrere Stimmen wahrgenommen. Es war nicht nur eine Stimme gewesen, sondern es waren viele verschiedene Stimmen gewesen. Und sie waren so mächtig, dass dann daraus ein Donner entstanden ist. Es war wie Donner. Wir lesen auch, wenn Gott redet, es ist wie Donnerstimmen. Es ist wie ein Gewitter. Und das Interessante ist, was die Juden selbst lernen und was sie jetzt hören zu dieser Zeit, was dieser Rabbiner gesagt hat. Er hat gesagt, es sind 70 Stimmen, die Gott, die damals geredet haben. Es waren 70 verschiedene Sprachen. Und Gott hat durch diese Sprachen, das sollte jeder verstehen, das sollte gar die ganze Welt, das sollte hören, was er bereitet hat an diesem Tag. Das hat keiner, der Christ war. Sondern diese Auslegung sagt, dass an diesem Tag, dass Gott auf viele verschiedene Sprachen schon geredet hat. Das ist das, was die Juden damals geglaubt haben. Versteht ihr? Es ist nicht unbedingt direkt, was hier steht, aber die Juden haben das geglaubt. So haben sie das verstanden, wenn Gott zu ihnen geredet hat. Und sie haben diesen, ja, es war ein Gewitter da gewesen, es war Wind da gewesen, es war Feuer da gewesen, Stimmen waren da gewesen, es waren Erdbeben da gewesen. An was erinnert uns das? An was erinnert uns das? Wir haben Stimmen, wir haben Feuer, wir haben Wind, wir haben Erdbeben. An was erinnert uns das? Halleluja. Wir wollen in Apostelgeschichte gehen. Halleluja. Halleluja. Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte. Es heißt nicht, als der Tag von Pfingsten kam, als der Tag von Pfingsten da war oder als das Pfingstfest gefeiert wurde, sondern als der Tag der Pfingsten sich erfüllte. Da waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wurden aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen heilen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde gestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwundeten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galilean? Wieso hören wir sie dann, jeder in unserer Sprache, in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, reden? Pater und Merder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäer und Kappadozien, Pontus und Asier, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weinenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, er hob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weiss sagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mädchen werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiss sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden Blut und Feuer und Rauchdampf Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt und es soll geschehen jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird er rettet werden. Halleluja und Petrus legt ihm ein Zeugnis ab von dem, was Jesus getan hat, was er bereitet hat, dass man ihn auch gekreuzigt hat, aber dass er wieder auferstanden ist, dass er jetzt erhöht ist, dass er jetzt zu rechnen des Vaters sitzt im Himmel und dass die Jünger eben jetzt diese Verheißung bekommen haben, dass sie jetzt diesen Heiligen Geist bekommen haben und er schließt es ab in Vers 36 So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Halleluja und dann sehen wir, welche Auswirkungen Pfingsten hat. Dann erleben wir, welche Kraft Pfingsten hat. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Sie werden errettet. An einem Tag für Gott 3000 Menschen hinzu. Und wir haben gesehen, es blieb nicht bei diesem einen Tag, sondern sie bleiben beständig in dem. Es war nicht nur die Kraft an einem Tag, sondern diese Kraft hat an diesem einen Tag angefangen. Und sie geht, sie ging weiter, sie ging die damals hindurch, durch ganz Jerusalem, sie haben sich alle beständig getroffen. Es hat sich ausgebreitet, den ganzen Amarier, dieses Feuer, es war wie ein Waldfeuer, das niemand auffallen konnte. Es hat das ganze Land erfüllt. Es ist feide gegangen, es hat die ganze Welt ergriffen und das Feuer brennt heute noch. Halleluja. Dieses Feuer brennt. Halleluja. Wir sehen, dass es viele Parallelen gibt zu dem, was am Berg Sina, wie damals passiert ist. Als Gott diesen Bund geschlossen hat, in dem Volk Israel, als Gott sich gezeigt hat, mit Donner, mit vielen Stimmen, mit, ja, mit diesem Erdbeben, mit Gewittern, in seiner Kraft hat er sich gezeigt. Wir sehen, wie er sich auch an Pfingsten verherrlicht hat, wie Zungen, wie von Feuer kommen, sich auf die Jünger setzen, wie Gott seine Verheißungen wahr macht, wie er den Heiligen Geist ausgießt, wie auch hier viele Sprachen sind, es ist ein Getöse, wie ein Gewitter war es. Wir sehen die Parallelen, wo Gott an diesem Tag wirklich diese Einheit zwischen Kreuz, auch Verstehung und Pfingsten, wie es sich erfüllt hat und wie die Jünger wirklich alles jetzt hatten. Es hat nichts mehr gefehlt. Sie hatten die volle Errettung, sie hatten die volle Kraft, sie hatten das Leben und die Kraft. Aber wir sehen auch Unterschiede. Dieses Pfingsten war notwendig, weil der erste Bund am Berg Sinai nicht vollkommen gewesen war, weil er nicht in der Lage war, das zu tun, was Pfingsten bereitet hat. Wir sehen, dass Gott eben das Gesetz gegeben hat an diesem Tag am Berg Sinai. Gott hat dem Volk Israel das Gesetz vorgelegt und das Volk hat sich unter dieses Gesetz gestellt und hat gesagt, ja, wir wollen dieses Gesetz halten. Von diesem Tag an wurden sie nach dem Gesetz gerichtet. Wir sehen in Römer 7, was es für Auswirkungen hatte. Dieses Gesetz war gut. Es ist ein ewig gültiges Gesetz. Es bedeutet, was Gott vorhat, was der Wille Gottes ist. Es zeigt uns die Reinheit, die Gerechtigkeit Gottes. Wir sehen es in Römer 7, Abvers 8, was an diesem Tag passiert ist. Dann nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als totbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Halleluja. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht, das sei ferner, sondern die Sünde hat, damit ich als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Halleluja. Das Volk hatte kein Gebot am Anfang gehabt. und Paulus schreibt hier ohne Gebot, ich habe gelebt. Ich hatte Leben. Ohne Gesetz gibt es keinen Richter. Ohne einen Richter gibt es keine Verurteilung. Man wurde auch vor dem, bevor Gott das Gesetz gegeben hatte, konnten die Menschen nicht tun lassen, was sie wollten. Das will ich gar nicht sagen. Paulus beschreibt es hier, wie ein Kind, das aufwächst. Es ist unmündig. Es weiß nicht von einem Gesetz. Es versteht dich ja nicht mal. Du kannst nur noch so viel erzählen vom Gebot, es kann dich nicht verstehen. Es hat gelebt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo das Gesetz kommt und sagt, jetzt musst du mir gehorchen, ab diesem Zeitpunkt ist das Gesetz, ja, hat das Gesetz die oberste Autorität gehabt. Ab diesem Zeitpunkt, wo das Volk unter diesem Gesetz stand, ist tot gekommen. Das Gesetz ist gut, aber die Sünde, wir sehen hier mehrfach, es bewirkte Begierde. Die Sünde bewirkte den Tod. Die Sünde, ähm, Vers, ja, wir sehen es zum einen, Vers 8, die Sünde bewirkte in mir. Halleluja. Die Sünde lebte auf. Vers 9. Halleluja. Vers 11. Die Sünde nahm ein Anlass. Sie tötete mich nur. Halleluja. Vers 13. Die Sünde hat meinen Tod bewirkt. Wir sehen, dass die Sünde auf einmal eine Wirkung hatte. Auf einmal hatte die Sünde Kraft. Die Sünde ist aufgelebt. Es heißt, dass vor dem Gesetz, dass die Sünde tot war. Die Sünde war tot. Sie kann nichts tun, ohne dass ein Gesetz da ist, durch das es wirken kann. Dieses Gesetz war da und es ist tot gekommen. Denn die Sünde hat es genommen und hat es geschafft, dass das Volk gestorben ist. Und wisst ihr, das ist eines der ersten Dinge, die passiert sind, nachdem das Volk das Gesetz bekommen hat. Es hat gesündigt, es hat sich ein Kalb gemacht. Und wisst ihr, wie viele gestorben sind? 3000. 3000 sind gestorben. Die Sünde hat durch das Gesetz tot gebracht. Aber wir sehen den Unterschied zu Pfingsten. Denn Gott hat an Pfingsten nicht das Gesetz gegeben. Halleluja. Das Gesetz wurde am ersten Pfingsten gegeben, aber am zweiten Pfingsten, von dem wir lesen, hat Gott den Geist gegeben. Und wir sehen in Johannes 20, was für einen Unterschied es macht. Halleluja. Wir haben es schon gelesen. Johannes 20. Ab Vers 21 will ich diese Versen nochmal lesen. Johannes 20, Ab Vers 21. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Halleluja. Es war erst, beim ersten Pfingsten haben wir das Gesetz. Und wir sehen, das Gesetz bewirkt Tod. Es sind direkt 3000 Menschen gestorben. Wir sehen beim zweiten Pfingsten, Gott gibt den Geist. Und was ist das Erste, was wir lesen, nachdem Jesus den Geist gegeben hat? Er sagt, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ihr gebt Vollmacht über die Sünde. Halleluja. Durch den Geist bin ich nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ich herrsche jetzt und ich herrsche sogar über die Sünde. Welchen wir vergeben, denen ist vergeben. Welchen wir sie behalten, denen ist sie behalten. Halleluja. Nun hat das, die Sünde kann nicht mehr Anlass nehmen, sondern ich habe jetzt vollkommene Autorität über die Sünde. Ich herrsche jetzt. Die Sünde hat keine Macht mehr in meinem Leben. Sie darf keinen Einfluss mehr haben in meinem Leben. Ich herrsche über die Sünde. Wenn ich herrsche über die Sünde, dann darf nie wieder der Volleintrehen, dass die Sünde über mich Macht hat. Halleluja. Wenn du einen Chef hast, du hast eine Arbeitsstelle, du kannst nicht über deinem Chef auf einmal stehen. So funktioniert es nicht. Du kannst nicht Autorität ergreifen, über deinen Chef stehen. Wenn das passiert, dann geht das Unternehmen bankrott. Dann geht das Unternehmen pleite, weil dann stimmt die Rangordnung nicht mehr. Halleluja. Und diese Rangordnung ist seit Pfingsten neu geregelt worden. Und wir wollen und dürfen sie nicht mehr umkehren lassen. Wir wollen nicht mehr zulassen, dass die Sünde wieder in unser Leben kommen kann, dass es wieder einen Anlass nehmen kann und wir wieder fallen. Halleluja. Wir herrschen jetzt über die Sünde. Halleluja. Seit Pfingsten ist es eine Lüge, dass wir nicht mehr gegen die Sünde was tun können. Seit Pfingsten ist es eine Lüge, dass die Sünde herrscht. Es ist eine Lüge seit Pfingsten. Und Pfingsten hat nicht aufgehört. Aber seht ihr, welches Problem entsteht, wenn wir Pfingsten ausklammern. Wir sehen das Problem in vielen Gemeinden, die Pfingsten ausklammern. Die sagen, Pfingsten hat aufgehört. Pfingsten herrscht heute. Pfingsten gibt es nicht mehr. Wir sehen, sie alle, sie wissen es nicht, dass wir jetzt über die Sünde herrschen. Dass die Sünde ein für alle Mal keine Macht mehr hat. Es ist die automatische Folge, wenn ich Pfingsten nicht anerkenne. Es ist die automatische Folge, wenn ich sage, Pfingsten war damals, heute ist es anders. Aber Pfingsten ist heute noch. Pfingsten hat nicht aufgehört. Ich habe von keinem dritten Pfingsten gehört, dass irgendwas anderes gekommen wäre. Pfingsten herrscht, solange die Gemeinde da ist. Solange der Geist Gottes da ist, ist die Gemeinde da. Erst wenn Gott die Gemeinde durch sich in den Himmel aufnimmt, erst dann ist Pfingsten vorbei. An diesem Tag ist Pfingsten vorbei. Aber Pfingsten ist heute noch. Halleluja. Lebst, wo bist du? An welchem Punkt bist du? Halleluja. Bist du noch an dem Kreuz, wo Jesus nur gestorben ist? Oder bist du schon weiter, wo Jesus gestorben und auferstanden ist und du ein neues Leben hast? Oder bist du auch schon an dem Punkt gewesen, wo du diese Kraft bekommen hast vom Vater? Wo diese Verheißung, die Jesus gegeben hat, die ihm so wichtig war, dass er extra noch auf der Erde geblieben ist, das ist ja die Verheißung, die schon 2000 Jahre vorher da war, die wurde nicht erst an Pfingsten oder erst, Jesus hat diese Verheißung nicht erst gegeben, als er auferstanden war, sondern wir sehen auf einmal, das liegt schon im Alten Testament, dass wir dort die Verheißung schon an vielen verschiedenen Stellen finden. Halleluja. Wir sehen, es gibt einen großen Unterschied, ob ich noch beim Auferstehungssonntag bin oder schon Pfingsten habe. Wir sehen, Jesus hat am Auferstehungssonntag direkt auf Pfingsten hingewiesen. Denn erst dadurch ist die Auferstehung vollkommen. Weil ich kann Leben haben, aber ich kann auch Leben ohne Kraft haben. Und ich will kein Leben ohne Kraft. Ich will Leben mit Kraft haben. Amen, Amen. Wir sehen am Auferstehungssonntag, Halleluja, wir haben es in Johannes 20 gelesen, als Jesus kommt, wo sind die Jünger? Sie haben schon davon gehört, dass Jesus auferstanden ist. Die Auferstehung war schon real. Sie haben es schon erzählt bekommen. Sie waren schon am leeren Grab gewesen. Sie waren schon da. Es ist der Zustand, wo viele Christen sind heutzutage. Aber wo sind sie? Wo sind die Jünger? Sie haben sich an einem Ort versammelt. Die Türen waren verschlossen und sie hatten Angst. Halleluja. Verschlossene Türen. Ein einsamer Ort. Und sie hatten Angst. Halleluja. Das bedeutet, Auferstehung ohne Pfingsten zu haben. Aber wir sehen den Unterschied zu Pfingsten. Auf einmal, als sie den Heiligen Geist bekommen, wir sehen, wir haben es gelesen, Apostelgeschichte 2. Halleluja. Auf einmal, Petrus steht auf. Apostelgeschichte 2, Vers 14. Petrus, mitsamt den ganzen, mit den Elfen, die zwölf Apostel, sie stehen auf. Er erhebt seine Stimme und er spricht zu ihm, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt. Das sollt ihr wissen. Und nun, hört auf meine Worte. Er kennt ihr die Autorität, mit der er redet. Vorher haben sie sich nur versteckt gehabt. Aber seit sie diesen Heiligen Geist empfangen haben, seit sie getauft wurden mit dem Heiligen Geist, auf einmal war es anders. Er war nicht mehr versteckt. Er war nicht mehr hinter einer verschlossenen Tür. Er hatte keine Angst mehr. Sondern er war jetzt in der Öffentlichkeit. Er war jetzt in Kraft da. Er hatte jetzt keine Angst mehr. Er war in Mut da. Und er steht auf und er sagt, das sollt ihr wissen. Er ist kein Schriftgelehrter. Er ist kein, er war, niemand hätte gesagt, er gehört zu den Glücksten in unserer Gesellschaft. Halleluja. Niemand hat gesagt, oh, das ist ein Aushängeschild. Er sollte Lehrer sein. Halleluja. Niemand hat das über Petrus gesagt. Aber er steht auf und sagt, das sollt ihr wissen. Ihr alle, ihr sollt das wissen. Hört auf das, was ich euch zu sagen habe. Und auf einmal legt er das Wort Gottes auf. Er legt das Wort Gottes aus. Er kommt auf einmal und sagt, das ist das, was Gott verheißen hat, was Joel schon gesagt hat. Er kommt und er zitiert die Schriften und alle so, okay, wow. Halleluja. Halleluja. Und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Beim ersten Pfingsten sind 3000 Menschen gestorben. Das Gesetz kam, die Sünde kam, 3000 Menschen sterben. Das Pfingsten, von dem wir jetzt lesen, das zweite Pfingsten ist da. Der Geist Gottes kommt, die Kraft kommt, das Leben ist da. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Halleluja. Es ist so ein gewaltiger Unterschied. Darum wollen wir heute, wenn wir den Auferstehungssonntag feiern, wir wollen gleich daran gedenken, was Jesus für uns getan hat, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstanden hat. Wir sind gestorben mit ihm, wir sind auferstanden mit ihm, wir haben Leben, wir haben ein neues Leben in ihm, aber wir wollen da nicht stehen bleiben heute. Wir haben mehr zu bekommen. Wir haben mehr. Jesus hat mehr für uns wie nur Leben, sondern er hat Kraft noch dazu. Er hat Leben gegeben, aber er packt die Kraft noch obendrauf. Er packt seine Vollmacht obendrauf. Er packt seinen Geist, sein Feuer obendrauf. Halleluja. Darum wollen wir heute diese Worte von Jesus Christus annehmen, wenn er uns von Pfingsten erzählt hat am Auferstehungssonntag. Wir wollen in Pfingsten eintreten. Wir wollen in diese Kraft eintreten, diese Vollmacht, diese Herrschaft über die Sünde. Halleluja. Ja, wir wollen aufstehen. Wenn du das Gefühl hast, noch nicht diese Herrschaft zu haben, weil Pfingsten zeigt sich nicht unbedingt darin, dass wir hier alle in Sprachen reden. Pfingsten zeigt sich an den Taten, an den Früchten des Geistes, an den Gaben des Geistes. Es zeigt sich darin, dass ich sehe, wie der Geist Gottes wirkt, dass seine Kraft wirksam wird, dass seine Kraft sichtbar wird. Daran erkennen wir, dass Pfingsten hier ist. Halleluja. Pfingsten erkennt mich daran, in meinem eigenen Leben, dass die Sünde nicht mehr über mich herrscht. Ich erkenne Pfingsten mein Leben daran, dass ich nun herrsche über die Sünde, dass sie mir unterordnet ist. Halleluja. Sünde darf nicht mehr herrschen, sondern ich bin frei davon. Ich nehme diese Vollmacht an dem Namen des Sünders. Wir wollen unsere Stimme erheben und dem Herrn danken, dass er uns Leben und Kraft gegeben hat. Halleluja. die Sünde ist. Vielen Dank.